Man muss es nicht grösser machen, als es ist. Ein bisschen damit befassen und dann kommt das schon gut mit der Teamseinführung. Das hat mir ein IT-Spezialist geschrieben in Bezug auf meine Aussagen, dass es wichtig ist, die wesentlichen Erfolgsfaktoren für die Teamseinführung im Griff zu haben. Und das symbolisiert ja die Einstellung von gewissen Leuten, wie einfach eine Teamseinführung über ein Unternehmen gestülpt werden kann. Die Realität ist natürlich total anders. Ich bin der Meinung, diese Aussage ist sehr gefeinlich und ehrlich gesagt ein Schwachsinn. In diesem Video spreche ich von Teams, insbesondere für die Kommunikation und Kollaboration, also nicht die Online-Meetings. Da bin ich auch der Meinung, das ist relativ schnell eingeführt. Die Leute sind sich schon sehr viel gewohnt, in Online-Meetings sich zu behalten. Also insofern wirklich die Kommunikation und Kollaboration im Team, diesen Teil, den meine ich. Wer sich ein bisschen besser über Teams informieren möchte, wir haben ein Video aufgenommen, das in zwei Minuten eine Übersicht über Teams gibt. Ich teile die Erfolgsfaktoren in zwei große Bereiche ein. Auf der einen Seite brauchen wir den Menschen und auf der anderen Seite brauchen wir die Technologie. Beim Menschen geht es wirklich darum, die digitale Kompetenz im Unternehmen auf ein modernes Niveau zu bringen. Weil es ist offensichtlich, alte Arbeitsweisen, die bewähren sich auf Teams nicht. Und darum ist es so wichtig, dass man diesen Bereich im Griff hat. Und die Technologie, da geht es darum, die Grundlage für Teams zu legen, die technische Grundlage für Teams zu legen, dass wir in einer perfekten technischen Struktur arbeiten können. Und diese Bereiche werde ich jetzt kurz ausführen. Beim Menschen brauchen wir zwei wesentliche Elemente, die zusammenpassen müssen. Auf der einen Seite ist das die Führung und auf der anderen Seite ist das die Mannschaft, die mitrennen soll. Die Führung ist matchentscheidend. Sie muss Vorgaben machen, wie dieses Teams eingeführt wird, welche moderne Arbeitsweisen im Unternehmen etabliert werden sollen. Das ist eine Führungsaufgabe. Und die Führung muss dann anschließend auch einsteigen in das Projekt, mitrudern, mitleiden und natürlich auch einfordern. Ich habe es wirklich sehr oft gesehen, dass wenn die Führung diese moderne Arbeitsweise nicht einfordert, dass dann die Mannschaft sehr oft nicht mitzieht oder einsteigt oder einfach auf der alten Arbeitsweise sitzen bleibt. Und dann die Mannschaft. Es geht darum, die Mannschaft oder die digitale Kompetenz der Mannschaft, der gesamten Unternehmung auf eine moderne Stufe zu heben. Es ist nämlich so, dass wenn man die alten, bewährten, jahrzehntelangen, eintrainierten Arbeitsweisen übernimmt auf die Teams-Umgebung, dann wird das kläglich scheitern. Man muss seine Arbeitsweise anpassen. Also zum Beispiel, früher hat man E-Mails geschrieben, heute schreibt man einen Beitrag in Teams in einer etwas anderen Art und Weise. Oder früher hat man mehrere Dokumente abgelegt, Version 1, Version 2, Version 3, Version 10, Version Final, Final 1, Final 2. Morgen legt man die in Teams bzw. SharePoint ab und hat eine Version und im Hintergrund übernimmt die Technologie, die Versionierung. Das muss man wissen, das muss man eintrainieren, das hat einen Einfluss auf verschiedene Arbeitsweisen. Es ist schon klar, es gibt in jedem Unternehmen 10, vielleicht 20% digitale Champions, die sich interessieren für die Materie, die am Abend noch die iTrust YouTube-Videos schaut und sich weiterbildet, ist klar, die werden sehr schnell diese Arbeitsweise adaptieren. Aber im Unternehmen geht es darum, dass wir die anderen 90 oder 80% der Leute einsteigen lassen in diese moderne Arbeitsweise. Und das sind meistens nicht die Leute, die sich darum reißen. Und darum geht es darum, mit Lust, mit Freude und mit Engagement diese Leute zu trainieren. Und zwar in einer ganz, ganz einfachen Art und Weise. Wir nennen das auch Coaching. Zusammenfassend, wir brauchen die Führung und wir brauchen die Mannschaft. Und nur wenn beide Elemente zusammenspielen, dann haben wir den ganzen Menschen perfekt in diese Teams-Reise integriert. Und nun zur Technik. Jetzt ist es so, dass Teams, die Technik von Teams grundsätzlich auf Knopfdruck bereitsteht. Das heißt, das ist meistens schon installiert, die ganze Cloud-Technologie, die macht das möglich. Und es kann auch jede Person im Self-Service-Modus ein neues Teams erstellen, ohne Einwirkung der IT-Abteilung. Und das lieben die IT-Abteilungen natürlich, weil sie stark entlastet werden durch diese Selbstbedienungsart und Weise. Aber lassen Sie sich da nicht täuschen. Wenn wir im Unternehmen keine klare Struktur vorgeben, dann werden wir in einem unglaublichen Chaos enden. Das habe ich zigmal erlebt. Mit Struktur meine ich, wir müssen im Unternehmen eine gemeinsame Haltung haben, wann wir ein neues Team eröffnen und wann wir einen Channel eröffnen. Weil so stellen wir sicher, dass es keine Überschneidungen gibt. Weil die Überschneidung ist wirklich die Überforderung der aller Leute. Wenn die Leute nicht mehr wissen, wo jetzt was hinkommt, dann wird das total unproduktiv. Und wenn wir die Struktur definiert haben, dann geht es darum, diese Struktur auch zu bewahren. Und sehr oft heisst das, je nach Grössenordnung des Unternehmens, dass wir den Teams-Eröffnungsprozess automatisieren. Das heisst, dass wir auf Knopfdruck das entsprechende Team mit allen Vorgaben, die wir definiert haben, automatisch eröffnet werden. Das ist immer noch ein Selbstbedienungsmodus, aber ein strukturierter Selbstbedienungsmodus, sodass wir den Wildwuchs verhindern können. Zusammenfassend ist es wichtig zu verstehen, dass wir zwei Elemente brauchen. Es braucht den Menschen, die Führung und die Mannschaft. Und es braucht die Technologie, die Definition einer Struktur und die Sicherstellung der Struktur. Wenn wir diese Elemente berücksichtigen und clever kombinieren, dann ist die Teams-Einführung ein Riesenerfolg. Und genau das wünsche ich Ihnen. Wenn Sie weitere Informationen zu Teams wollen, dann empfehle ich Ihnen, diesen Kanal zu abonnieren. Ich werde nämlich jeden Monat die wichtigsten Neuerungen, die Führungskräfte über Teams wissen müssen, veröffentlichen. Auf das freue ich mich. Bis dann.